... 92 Minuten reden und zusammen mit der Nürnberg ... ... an der Gegend, gemeinsam mit der Tatsache und von der Pi ... ... mit der Nummer 1 ... ... Richard ... ... mit der Nummer 5 ... Applaus Der 28-Jährige starb bei einem tragischen Unfall über den Erdbekanal. Unabhängig von ihrer Feindzugehörigkeit, die wir sehen haben, um ihr Witzgefühl für die Familie und die Freunde des jungen Mannes, der auf tragische Weise und zu Führungsleben am Teil der Kurz seiner Fußballparriere nachgehen durfte. Im Sommer Im Sommer Im Sommer Das ist doch! Vielen Dank.